Musik Das war's. Das war's. Das war's. Kaiserslautern ist ein Team, das aus den letzten fünf Spielen drei gewinnen konnte. Das ist eine gute Ausbeute, wenn man im Abstiegskampf ist. Entsprechend wird das Spiel auch sein. Sie werden uns mit Sicherheit alles abverlangen. Es ist eine Mannschaft mit guten Einzelspielern, vor allem auch im Offensivbereich. Viele Spieler, viele Stürmer, viele Achter, die auch gerne und oft die Tiefe direkt attackieren. Die versuchen den Innenverteidigern immer wieder wegzuziehen und gute Freilaufbewegungen haben und somit auch für gute Torgefahr sorgen. Da müssen wir hellwach sein. Das ist ein extrem wichtiger Punkt aus unserer Sicht. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. 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 Das ist ein extrem wichtiger Punkt.